Ärgert eure Freunde mit der 50-Drolz-Mod. Wir können unseren Kumpel in Gemüse verwandeln. Er ist eine Kartoffel und kann sich nicht mehr bewegen. Echt gemein. Unser Kumpel in ein Gefängnis sperren. Mit Blöcken, die er nicht mehr abbauen kann. Und endlich lang fallen. Er wird immer in den Himmel teleportiert. Alle Items in Kartoffeln verwandeln. Wir können unseren Freund mit hunderten Feuerkugeln beschießen. Oder ihn sogar in ein Hühnchen verwandeln. Ich weiß nicht, ob ich den noch essen würde. Die 50-Drolz-Mod. Alle Drolz aus der Mord gibt's auf meinem Kanal.